1930 ich glaube da kann ich jetzt dann langsam mal zu machen hier obwohl ich bleibe lieber stehen sonst gehen wieder leute raus die nicht zahlen konnten dann machen wir eh für den für den richtigen großen umbau da mache ich dann eh wieder zu so machen wir die zu dies zu die da hinten ist dann wahrscheinlich offen geblieben ist auch zu ok jetzt kann ich wieder nichts machen und alle verkauft pittichens shirts gehen wirklich gut halt bestellung hilfe mindestlager hinzufügen bestellen 8300 nicht schlecht in der letzten sekunde noch bestellt irgendwie komme ich immer an die lampen nicht mehr dran wenn ich die verschieben will ist aber normalerweise kein kein große sache kann ich ja dann mal machen sind schon wieder zwei leute krank sapra lot einräume und kasse ok und wir haben welche die mal auf schulung schicken können ich würde sagen wir machen gehen aber wir haben jetzt dann montag ich würde sagen wir machen zu den laden wir haben knappe 8000 da können wir uns um den aufbau kümmern von dem von dem handy shop und wir können dann die hier auf schulung schicken dort könnte man machen so kala seger 21 januar krank so 21 der januar einmal kopieren bitte und der kollin ach so du warst auch schon krank mal dann machen sie so 19 der januar 21 jahre was ist denn mit euch los staune dass du deine pullis noch nicht drin hast ja dass die kommen irgendwann mal da habe ich auch was gelesen anscheinend ist geplant dass leute die king of retail 2 irgendwie supporten dass denen ihr charakter im grunde auch im spiel dann rumläuft wie sie das machen keine ahnung so gut dann machen wir das so wir machen den nächsten tag dicht so zack dann sind die zwei schon mal gearscht die krank sind so dann wirst du auf schulung geschickt hallo also da schulung anschauen wir können die ausbauen das passt sogar ganz gut oder mit computer segment training wir gehen darauf promi artikel training gehe ich jetzt auf handys vorteile jetzt habe ich nicht geguckt was war die was warst du stelle also dies an der kasse ok stelle ist an der kasse dann machen wir hier vorteile aufruf zum handeln social media massenauspacker individuell desto glaube ich wartezeit kann zurückgesetzt werden desto machen wir und bringt einen neuen kunden hervor das machen wir 975 dann kommst du jetzt auf die schulung und wir haben die ronja als verkäuferin die kann nix dann machen wir bei ihr auch promis artikel training wir machen da auch handys weil die wird ihr dann in dem handy store wahrscheinlich arbeiten vorteile vorteile zum einen der sechste sinn oder dass da wir machen das als vorteil und genau die laune der mitarbeiter machen wir so fertig passt die haben doch das schiff viel geschwindigkeit ins spiel gebracht ist besser als siedler weil man von anfang an viel tempo hat schwere karten können bis 16 stunden dauern die ersten beiden dann kommt bobers bei mir einkaufen ich glaube es nicht weil ich supporte da nicht das ist ja über über patreon oder sowas da kannst du dann geld oder sowas spenden und das werde ich nicht machen tutorials sind ohne feind und sicher genug im netz die karten sind heftig schwer ich werde mir das mal anschauen pioneers of pagonia dann gucke ich doch da jetzt einfach mal bevor ich es dann doch wieder vergesse pioniers of pagonia achso das habe ich auf der wunschliste ja für 30 euro ist es mir ehrlich gesagt zu viel werde ich mir auf keinen fall holen für das geld ganz egal ob es gut ist oder nicht achso das ist so ein ja siedler aufbau stimmt bei so siedler spielen ist es immer die die frage ob ich die wirklich als let's play mache aber ich habe es auf der wunschliste tatsächlich schon stehen also von daher von daher ist es doch ganz okay so mal mich wieder einblenden mal ein schluck kaffee cheers so dann lasst uns mal den shop dann gleich umbauen wir haben zwar nicht so viel geld aber ein bisserl was können wir auf jeden fall machen in bezug auf meinen lohn der jannik siegert jannik siegert 21 jan wir haben 1308 gucken wir mal zwei euro mehr ok sicher ist in ordnung passt so dann haben wir jetzt erst einmal das erledigt werbung brauchen wir dann keine schalten ich bin mal gespannt also ich denke schon dass das ausreichen wird für die für die handy abteilung ansonsten werde ich das noch mal verändern so halt ich habe die tür noch nicht versetzt tür bitte hier dankeschön dass der nämlich hier immer gleich ins lager geht ich denke auch wirklich nicht dass es sehr viel größer wird mit dem liefer abteil naja wohl ich habe ja nur die kleinen container es könnte schon durchaus sein dass da noch mal vier teile dazukommen ok aber was passiert wenn ich jetzt die wand zu macht wird dann das ding hier verschwinden ne schaut nicht so aus ok gehen wir mal raus und jawoll lieferung kommt dann lasst uns mal gucken die mitarbeiter sollen auf jeden fall hier weiterhin reingehen die frage ist nur kasse an der stelle lassen ich würde sagen ja wir packen mal aus aber ich glaube das wird langsam eng ne mit den artikeln dann ähm servus labrina äh der mit bad ist dann bei oberspray king of retail 2 22 euro bei writing bull aber den typen kann man sich eher gönnen nach dem wievielten geburtstag da ist jetzt wieder dieses herz im weg ich sehe das leider nicht 344 44 ich möchte das ausblenden auf jeden fall wir gucken dann mal wie viele handys wir eigentlich haben wie viele handys und wie viele tablets ach stimmt ich habe ja meinen namen geändert ähm kein sie hier ja servus und vielen herzlichen dank schon mal nochmal dass du das immer so schön in discord post ist mit den epic game store dass da die spiele kostenlos sind ich vergesse es tatsächlich immer wieder dass ich am donnerstag da rein schaue warum ist jetzt da kein achso das war jetzt noch einer der artikel die noch gefehlt haben ok wir stellen noch mal den container mit her äh so ein lieferdingsbums hier lagereinheit meine ich aber ich bleibe erst einmal noch bei den kleinen machen wir zwei später ist das geld eh nicht mehr relevant da ist dann eh so viel knete da 344 geburtstag so was mich jetzt interessiert liste elektronik handy telephone telefone gibt es wirklich viel 246 stück 246 8 10 also 60 handys haben wir hier 1 und 2 4 6 8 10 und 60 tablets 60 tablets und 60 handys wir bekommen immer 3 6 9 12 12 stück in ein regal rein so rechnet mal leute wir haben 120 120 artikel insgesamt handys und tablets 12 gehen immer rein das heißt wir müssten wenn wir nur 1 platzieren bei 10 regalen ausreichend sein 2 4 6 7 das heißt ich bräuchte noch mal 3 stück äh nein falsch elektronik handys so was haben wir jetzt gesagt 5 6 7 also 3 stück bräuchten wir noch ne wir könnten in die mitte von dem shop 2 so hinstellen vielleicht und könnten dann hier noch eins in die mitte packen oder keine ahnung mal schauen wie wir das jetzt umstellen vielleicht das auch hier so an die wand ein bisschen weg noch dass wir hier vielleicht noch ein bild dazwischen bekommen naja so die werden wahrscheinlich jetzt wieder zittern ne oder mal wagen wir wissen das wenn ich die so hinstellen noch äh steht das jetzt drüber so könnte man machen ne so als großen Block wäre das Ganze etwas aufgelocker dann nehmen wir hier nur eins noch hier mit rüber an die Wand dann kann man dazwischen immer mit Deko arbeiten oder so immer schwierig so schräg stellen das ist glaube ich nichts also in die Ecke ja und schaut das da so reingezwickt aus dann lieber dich nochmal ein bisschen rüber eins davon weg können wir dann hier neben die Kasse machen den Block dann später vielleicht noch ein bisschen verschieben ich glaube das geht haben alle Regale drei Lagen nein sorry nichts gesagt ich kann hier glaube ich fünf Böden oder was insgesamt rein machen in das Regal das ist glaube ich etwas etwas luftiger dadurch oder so was machen wir denn bei Tablets und Handys für Farben was machen wir denn da am Boden was passt denn bei Tablets und Handys was ist das überhaupt das schaut aus wie so ein Fliesenboden Farbe eher in Richtung weiß das schaut eher silbern aus was kostet das sechs Münzen naja gut dann kann man das ja mal ausprobieren einfach mal hier rein machen ich mache mal hier rein den Boden das schaut clean aus oder die haben da auch irgendwas geändert bei diesen Regalen konnte ich früher fünf Böden füllen mit Handys heute heißt es das passt nicht mehr ja das wundert mich eben auch dass ich da nur vier Stück rein bekomme aber andererseits haut es ganz gut hin mit zwölf Artikeln pro Regal und zehn Regale dann werde quasi der Handy und Tablet Shop ganz gut gefüllt Helflieder für die Wände da hat es irgendwie die Grafik verschoben Helflieder da gehe ich schon wieder in Richtung Rosa ich bekomme das Flieder immer nie hin das ist eher lila ich weiß es nicht jetzt schauen wir mal das ist aber eher rosa was ich jetzt da habe eher hier in die Richtung oder was passt denn zu Telefonen also ich würde jetzt nicht eine simple Wand machen wollen nee aber die Farbe gefällt mir nicht eher so dann aber das kommt alles so rosa raus wenn man erst einmal eine Struktur eine Wand hat dass man dann die Farbe dran anpassen also auf dem Bild schaut es aus als würde das fast zwei Drittel unten sein und hier ist es dann unten nur so ein Sockel Steinwand passt nicht das schon eher aber dann nicht in der Farbe ich bin tatsächlich diesmal total überfragt das hier würde doch nicht schlecht sein oder und das Ganze dann in unterschiedlichen Farben also nicht alles in unterschiedlichen sondern nur bestimmte Wandabschnitte dass man das hier macht und das hier und hinten dran die Farbe Moment ich speichere die mal dann in so einem hellen Ton aber das schaut dann auch nicht das schaut dann aus wie eine Metallkiste oder kommt darauf an was wir noch für Farben mit rein machen blau finde ich ja an sich nicht schlecht Telekumpink flirrt mir blau Badezimmerfließen dein Ernst jetzt? nein oder Hornhaut Umbra so ich meine das ist ja hier alles Elektronik das kann doch durchaus so ein bisschen eher in diese Silberne gehen oder? weil man das da du meinst jetzt nicht dass das da die Badezimmerfließen sind das war wahrscheinlich das vorher das Ding aber das hat doch irgendwas von Connecting Silber für Platinen keine Ahnung und die Regale selber können wir ja dann in einer anderen Farbe noch machen schwarzer dunkelblauer Boden schwarzer dunkelblauer Boden gucken wir halt mal ich würde bei dem bei dem muss der hier bleiben das ist nicht schlecht das sind jetzt bloß ein paar Münzen wie gesagt yay warte mal die Farbe ist ja noch gespeichert oder was speichern wir die mal war das jetzt die? na gut und das Ganze jetzt dann auf die Regale übertragen dass wir einen dunklen Rahmen machen mit hellen silbernen Böden ich glaube das ist nicht verkehrt oder? nein falsch falsch und dann natürlich noch die Beleuchtung das ist ganz klar die kommt auch noch jetzt haugen wir da mal schnell Böden rein in der Hoffnung dass ich die dann auch auf die richtige Höhe bekomme das ist auch etwas was ich mir wünsche dass man die Regale wirklich komplett so kopieren kann wie sie da sind dass ich nicht jedes Regal dann immer einzeln einrichten muss das passt noch nicht das habe ich noch zu zu hoch der untere Boden der muss auch noch eins runter ja was sieht das so schlecht auch zack das ist nicht schlecht die Beleuchtung wenn man hier ändern könnte die hier drin ist das wäre auch nicht verkehrt so lampentechnisch ich finde die nicht schlecht Lichtfarbe schauen wir mal wie die Lichtfarbe ist das macht zu viel Schatten oder? wenn ich das jetzt genau das so und eine da hin ist spacig dann in grün wie Platinen ist spacig Regale in einem schönen Minzton wer passt hier vor? statt grau würde ich da aber auch etwas farbig gut kommen wie im Chat geschrieben vielleicht Minz oder ein Gelb-Orange ok dann wartet mal lasst mich die mal ganz kurz platzieren kann ich ja naja das ist doof hier ich bitte bearbeiten danke so Lichtfarbe Lichtintensität ich kann ja die auch noch heller dunkler machen was ist denn Minzfarbe grün dass wir mehr in das in das grüne reingehen Lampenfarbe würde ich so lassen weil da geht es wenn dann jetzt um das Licht jetzt kopiere ich das mal Hallo die hier muss ich da jetzt noch mal rausgehen bearbeiten da jetzt nein die hier kopieren kann ich das jetzt nicht ändern ah jetzt doch geht einfügen ich habe mich bloß jetzt ein bisschen dumm eingestellt hier